Ein wunderschönen guten Tag. Wir melden uns heute hier aus Rödermark. Wir sind bei der Firma Riegler und Ruhland und haben dort Dr. Nimmermann begleitet, der hier im Rahmen von Kabinett trifft Talente unterwegs war. Und wir haben uns hier gemeinsam die Firma Riegler und Ruhland angeschaut. Das ist eine Klempnerei, die sehr viele interessante Projekte umsetzt, im großen Stil auch. Wir haben uns das alles erklären lassen und sind in das Spenglereiwesen eingewiesen worden, haben uns Modelle angeschaut, haben mit den Auszubildenden in erster Linie gesprochen, die uns auch ein kleines Werkstück vorgeführt haben, die kurz vor ihrer Zwischenprüfung stehen, sind beide im zweiten Lehrjahr. Und ja, hier wird schon immer ausgebildet und darauf geachtet, dass Nachwuchs vorhanden ist und der Nachwuchs wird auch sehr gefördert, so wie wir das hier erlebt haben. Eine tolle Firma mit engagierten Chefs.